Mir ist ein Pissgeschick massiert. Mir ist ein Pissgeschick massiert? Nicht, indem sie mit gefanzerten Fahrzeugen durch die Straßen fahren. Hier in dieser Kontaktlinie erlebt man sehr bedrückende Eindrücke. Mit, für mich, sehr bedrückenden Gefühlen. Sondern, dass sie ihre Verheimat verlassen mussten. Da plötzlich meldet sich das Ohr. Weil eben die Spuren des Krieges nach wie vor nicht nur sichtbar sind. Ohr an Großhirn. Ohr an Großhirn. Sondern der Krieg nach wie vor hier vor Ort präsent ist. Weil das nicht umgesetzt wird. Und das ist der Auftrag, den ich mitnehme. Die Mission muss ihre Arbeit machen können. Alles dafür, um deutlich zu machen, jede weitere militärische Aggression von russischer Seite hätte massive Folgen. Ich bin jetzt ruhiger. Und das ist das, was sie sehen. Bis zum nächsten Mal.